Du musst dir einen anständigen Beruf suchen. In deinem Alter übernimmt man Verantwortung. Wenn es was gibt, für das es sich wirklich lohnt, dann werde ich mich auch einsetzen. Willst du meinen Vater? Was? Dein Vater? Ich weiß doch überhaupt nicht, wo der ist. Willst du raus? Ja? Ich bin Julia Dullamar. Julia! Du hast deine Tochter? Sie heißt Mai und sie will unbedingt zu dir. Ich hab was? Ich hab ne Tochter. Verstehst du? Ich hab ne Tochter. Und ich hab zwei. Bist du Mai? Wann fahren wir? Wir fahren über Dänemark und Schweden nach Norwegen. Ich bin im Job. Da ist das Prachtstück. Na du? Das ist ein Schaf. Das ist nicht wie mit dem Hund. Wir schlafen zusammen in diesem kleinen Zelt. Ja klar. Du bist ein Mann. Ich bin dein Vater. Aber ich kenn dich nicht. Warum bist du hier? Was willst du eigentlich von mir? Nichts. Gar nichts. Sind Töchter immer so kompliziert? Nur wenn man sie nicht versteht. Nicht ihr bester Tag weit, ha? Eigentlich doch. Aber man hat gar keine Vorstellung, wie schrecklich beste Tage sein können. Wow. Bist du enttäuscht? Von was? Na von mir. Ich hab mir meinen Vater ganz anders vorgestellt. Hey! Aufstehen! Ich hab was, Macca. Ich glaub's ja nicht. Der Typ hat dich angebaggert. Was? Quatsch. Scheiße! Unpackbar. Schein gibt's nur gefallen. Oder er hat sich zu Tode erschrocken.